Willkommen zurück zu der fünften Challenge, mit nur wieder was, Walking Dead. Und Commander Wars, heute mit dem Granatwerfer. Mit dem Granatwerfer, genau. Und? Alte, ich hab's Gabin und er gibt's Marker. Wieder's Eins. Läh, Wurfmesser, die halbe Map. Was nehm ich nachher auf? Hey, kauf dir mal ein... Hey, kauf dir mal ein unstandiges Headset. Verstandiges Headset. Oh, er hat einen verhindert. Ich weiss nicht, ob ihm bewusst ist, dass ich hier aufnehme. Hey, nach dem Spiel muss ich unbedingt den Keras nehmen. Und tot ist er. Hey, hat das Wurfmesser gut geschmeckt? Ja. Ähm, geiles Reimer. Ja, ich weiss. Kriegscope, schau. Wir sind. Wir haben wir jetzt noch ein bisschen. Okay. Dann komm ich mir jetzt noch mal so ein geiler... Ähm, du musst mir jetzt ein Team machen. Das Ziel verteidigen. Okay. 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 Ja, weiss es wieder. Okay. Ich hab einen,es workt heraus und nur noch ein! Hinten ist einer von uns beim Startpo- Beim Startpo? Vielen Dank. Der eine, weisst du nicht. Im Sniper? Wo ist er? Ja, ich weiss eigentlich nicht. Er ist irgendwo oben bei mir. Wo genau, weiss ich nicht. Er hat gerade geholfen. Der mit dem Fahrrad-Potter. So. Schön. Oben, oben. Ja, ich weiss. Ist zwar nicht schön, ja. Schön. Oben, oben. Nee, nee. Ok, stopp. Ja. Ja. Wenn er Level 1 wäre, hätte ich kein goldiges Glantech. Ey, ich will von euch ein Autogramm haben. Ist jetzt so gut. Danke. Ja, wo bleibt das Autogramm? Was, danke. Ja. Muss ich, was? Alter, die wollen mir einfach kein Autogramm geben. Ich bin hier Fan. Ich finde so aus, dass sie mir kein Autogramm geben. Ich finde das echt nichts zu helfen. Das ist die Autogramm. Ich bin ein Autogramm. Ich bin ein Autogramm. Das ist die Autogramm. Ich habe einen Autogramm. Wo ist er? Ja. Robby! Gut. Er war zu dumm. Ey, ich bin ein Autogramm von euch. Gib mal her. Oh, ich hab kaum. Und kauf dir mal ein neues Held, das ist ja mega schlimm bei dir! So, ich hab ne Predator, wie sieht's denn hier aus? Darf ich Abschlussserien immer noch benutzen, oder? Haben wir glaub nie abgemacht, so richtig? Ich würde grundsätzlich eine sagen, ja nein, aber... Du kannst machen was du willst, die Zuschauer sollen abstimmen, ob du... Ja, machen wir so, die Zuschauer dürfen... So, wir machen so... Die Zuschauer dürfen entscheiden, ob du die Abschlussserien benutzen darfst, oder nicht. Okay. Ist aber einfach... Wenn ich mit was sage, ich will da fast. Oh mein A, mein scheiss A! Jetzt legen wir los, meine Freunde! Mein scheisse A! Ja! Guck mal, ey, geiles A! Guck mal, oh! Mein Ame ist scheisse! Achtung, sie legen los! Mein Ame aber noch scheisse! Jetzt müssen wir mal aufpassen! Ich hab jetzt... Ich hab schon... 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 Also Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob der Ubi die Abschlussserien benutzt darf, oder nicht! Genau, bis dann... Ich sag das! Bis dann benutze ich sie mal, würde ich sagen! Ja... Ja... Ja, ja, wir haben da einen Computerhofer... ... und sind beide Brücken! Ja, Gott! Hier stand! Du bist so ein kleiner, ein kleines Hundesohn, Alter, mit Kranaten, weil du seid nicht an der Karte, Alter. Bin ich das? Lern mal Deutsch. Komm einfach nicht auf Deutsch, komm auf Sparen. Was bin ich? Und ich komm aus, und ich bekomme aus Türkei, Alter, ich bin Türke, der heißt Small will beenden Türke. Was bin ich denn? In dem Kommentar, da hätt ich Hüten auf dich, du kleiner Hundesohn. So, in dem Fall, das war die fünfte Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, was als nächstes kommen soll. Bis dann, tschüss. Tschüss. Punkt. Punkt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.